Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 1 M Personen Personer Ich Jeg Ich und du Wir beide Er Er und sie Han og hun Sie beide De to Der Mann Mannen Die Frau Kvinnen Das Kind Das Kind Barne Eine Familie Ein Familie Sie sind alle hier. Sie sind alle hier. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com Familie Der Großvater Bestefaren Die Großmutter Bestemoren Er und sie Han und Hünn Der Vater Fahren Die Mutter Mohn Er und sie Han und Hünn Der Sohn Sönnen Die Tochter Datteren Er und sie Han und Hünn Der Broder Broren Die Schwester Sösteren Er und sie Han und Hünn Der Onkel Onkeln Die Tante Tanten Er und sie Han und Hünn Wir sind eine Familie Wir sind eine Familie Die Familie ist nicht klein Familien er ikke liten Die Familie ist groß Familien er stor Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 3 3 Kennenlernen Bli kjent Hallo Hei Guten Tag God dag Wie geht's? Hei Hvordan går det? Kommer Sie aus Europa? Kommer du fra Europa? Kommer Kommer Sie aus Amerika? Kommer du fra Amerika? Kommer Sie aus Asien? Kommer du fra Asia? In welchem hotell wohnen Sie? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange bleiben Sie? Gefällt es Ihnen hier? Machen Sie hier Urlaub? Er du på ferie her? Besuchen Sie mich mal. Du må besøke meg en gang. Hier ist meine adresse. Her er adressen min. Sehen wir uns morgen? Ses vi morgen? Tut mir leid, ich habe schon etwas vor. Beklager, ich habe allerede planer. Tschüss. Ha det bra. Auf Wiedersehen. På Gjensyn. Bis bald. Ha det so lenge. Fifty Languages Vier Vier In der Schule På skolen. Hvor sind wir? Hvor er vi? Wir sind in der Schule. Vi er på skolen. Wir haben unterricht. Wir haben unterricht. Das sind die Schüler. Das ist die Lehrerin. Das ist die Klasse. Das ist die Klasse. Was machen wir? Was machen wir? Wir lernen. Wir lernen. Wir lernen eine Sprache. Wir lernen ein Sprache. Ich lerne Englisch. Ich lerne Englisch. Du lernst Spanisch. Du lernst Spanisch. Er lernt Deutsch. Han lernst Tysk. Wir lernen französisch. Wir lernen französisch. Wir lernen französisch. Ihr lernt italienisch. Dere lerer italiensk. Sie lernen russisch. Die lerer russisch. Sprachenlernen ist interessant. Det är interessant å läre språk. Wir wollen Menschen verstehen. Wir önsker å forstå folk. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir önsker å snakke med folk. 50 Languages 5 5 Länder und Sprachen Land und Språk John ist aus London. John är fra London. London ligger i Storbritannien. London ligger i Storbritannia. Er spricht Englisch. Han snakker engelsk. Maria ist aus Madrid. Maria kommer fra Madrid. Madrid liegt in Spanien. Madrid ligger i Spania. Sie spricht Spanien. Sie spricht Spanien. Sie spricht Spanien. Peter und Martha sind aus Berlin. Peter und Martha kommer fra Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Berlin ligger i Tyskland. Sprecht ihr beide Deutsch? Sprecht ihr tysk? Sprecht ihr both? London ist eine Hauptstadt. London ist eine Hauptstadt. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Die Hauptstädte sind groß und laut. Städte sind groß und groß und laut. Hovedstädte sind groß und groß und laut. Frankreich liegt in Europa. Frankrike liegt in Europa. Egypten liegt in Afrika. Egypt liegt in Afrika. Japan liegt in Asien. Japan ligger in Asia. Kanada liegt in Nord-Amerika. Kanada ligger i Nord-Amerika. Panama liegt in Mittel-Amerika. Panama ligger i Mellom-Amerika. Brasilien liegt in Südamerika. Brasil ligger i Sør-Amerika. 50 Languages 50 Languages 6 6 Lesen und Schreiben Lese oder Skriebe Ich lese Ich lese Ich lese Ich lese einen Buchstaben. Ich lese ein Buchstav. Ich lese ein Wort. Ich lese et ord. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Brief. Ich lese ein Buch. Ich lese Du liest Er liest Han leser Ich schreibe Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe ein Setning. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe Jeg skreibe Du schreibst Du skriver Ich schreibe Han skriver Fifty Languages Sieben Schü Zahlen Toll Ich zähle Jeg teller Eins, zwei, drei Ein, to, tre Ich zähle bis drei Jeg teller til tre Ich zähle weiter Jeg teller videre 4, 5, 6 4, 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9 Ich zähle Jeg teller Du zählst Du teller Erzählt Han teller Eins, der erste Ein, den første 2, der zweite 2, den andre 3, der dritte 3, den tredje 4, der vierte 4, den fjerde 5, der fünfte 5, den femte 6, der sechste 6, den sjette 7, der siebte 7, denne sjuende 8, der achte 8, den åttene 9, der neunte 9, den niende 7, den niende 50 Languages 8 8 Uhrzeiten Klokkeslett Entschuldigen Sie Unnskyld Wie viel Uhr ist es, bitte? Hva er klokka? Danke vielmals Tusen takk Es ist ein Uhr Klokka er ett Es ist zwei Uhr Klokka er to Es ist drei Uhr Klokka er tre Es ist vier Uhr Klokka er fire Es ist fünf Uhr Klokka er fem Es ist sechs Uhr Klokka er seks Es ist sieben Uhr Klokka er sju Es ist acht Uhr Klokka er åtte Es ist neun Uhr Klokka er ni Es ist zehn Uhr Klokka er ti Es ist elf Uhr Klokka er elve Es ist zwölf Uhr Klokka er tolv Eine Minute hat sekszig sekunden Et minutt hat sekszig sekunder Eine Stunde hat sekszig minuten Ein time hat sekszig minutter Ein tag hat vierundzwanzig stunden Ein dag hat tjuefire timer Fifty languages Neun 9 Wochentage Ukedager Der Montag Mandag Der Dienstag Tisdag Der Mittwoch Onsdag Der Donnerstag Torsdag Der Freitag Fredag Der Samstag Lørdag Der Sonntag Søndag Die Woche Uka Von Montag bis Sonntag Fra Mandag til Søndag Der Erste Tag ist Montag Den Første Dagen er Mandag Der Zweite Tag ist Dienstag Den Andre Dagen er Tisdag Der Dritte Tag ist Mittwoch Den Tredje Dagen er Onsdag Der Første Tag ist Donnerstag Den Fjerde Dagen er Torsdag Der Fünfte Tag ist Freitag Den Femte Dagen er Fredag Der Sechste Tag ist Samstag Denne Sette Dagen er Lørdag Der Siebte Tag ist Sonntag Denne Sjuende Dagen er Søndag Die Woche hat Sieben Tage Uka har Sju Dager Wir arbeiten nur Fünf Tage Wie jobberbare Femdager Copyright Goethe Verlag Fifty Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.fiftylanguages.com Zin Ti Gestern Heute Morgen I går I dag I morgen Gestern var Samstag I går var det Lørdag Der Film var interessant Filmen var interessant Heute ist Sonntag I dag er det Søndag Heute arbeite ich nicht I dag jobber jeg ikke Ich bleibe zu Hause Ich bleibe zu Hause Ich blir hjemme Morgen ist Montag I morgen er det Mandag Morgen arbeite ich wieder I morgen må jeg på jobb igjen Ich arbeite im Büro Ich arbeite im Büro Jeg jobber på kontor Hver ist das? Hvem er dette? Das ist Peter Dette er Peter Peter ist student Hver ist das? Hvem er dette? Das ist Martha Dette er Martha Martha ist sekretärin Martha er sekretär Peter und Martha sind Freunde Peter ist der Freund von Martha Peter er vennen til Martha Martha ist die Freundin von Peter Martha er venninnen til Peter Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte Fifty Languages Elf Elf Monate 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 Der Januar 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 Der Februar 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 Der März Mars Der April April Der Mai 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 Der Juni Juni Das sind seks Monate Det er seks måneder Januar Februar Januar Januar Februar Mars April April Mai Juni April Mai Juni April Mai Mai Juni Juli August 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 September 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 Das sind auch sechs Monate. Juli, August, September. Oktober, November und Dezember. Ich trinke mineralwasser. Ich trinke Wasser. Die Leute trinken sekt. Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Öl. Ich mag keinen Wein. Ich mag kein Bier. Ich mag nicht Öl. Das Baby mag Milch. Babyen mag Melk. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Kvinnen liker Apelsinjuice og Grapefruitsjuice. Das Kind mag Kakao und Grapefruitsaft. 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 Er studiert an der Universität. Han studerer på Universität. Er studiert sprachen. Han studerer språk. Wo ist Peter? Wo ist Peter? Im Café. På Café. Er trinkt Kaffé. Han drikker Kaffé. Hvorhen gehen sie gern? Hvor liker de å gå? Ins konsert. På konsert. Sie hören gern musik. De liker å høre på musik. Hvorhen gehen sie nicht gern? Hvor liker de ikke å gå? In die Disco. På diskotek. Sie tanzen nicht gern. De liker ikke å danse. 50 Languages. Die Sonne ist gelb. Sola er gul. Die Orange ist orange. Apelsinen er orange. Die Kirsche ist råd. Kirschebære er rødt. Der Himmel ist blau. Himmelen er blå. Das Gras ist grun. Gresset er grønt. Die Erde ist braun. Jorden er brun. Die Wolke ist grau. Skyen er grå. Die Reifen sind schwarz. Dekkene er svarte. Hvilke farbe hat der snee? Weis. Hvilken farge har snøen? Hvit. Hvilke farbe hat die Sonne? Gelb. Hvilken farge har sola? Gul. Hvilke farbe hat die Orange? Orange. Hvilken farge har apelsinen? Orange. Hvilke farbe hat die Kirsche? Råd. Hvilken farge hat die Kirschebære? Rødt. Hvilke farbe hat der Himmel? Blau. Hvilken farge hat Himmelen? Blå. Hvilke farbe hat das Gras? Grunn. Hvilken farge hat Gresset? Grønt. Hvilken farbe hat die Erde? Braun. Hvilken farge hat jorden? Brunn. Hvilke farbe hat die Wolke? Grau. Hvilken farge hat skyen? Grå. Hvilken farbe hat die Reifen? Schwarz. Hvilken farge hat dekkene? Svort. Fifty languages. Fünfzehn. Femtern. Früchte und Lebensmittel Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich spiser einen Toast mit Smör und Syltetöy. Ich esse ein Sandwich. Ich spiser ein Sandwich mit Margarine. Ich spiser ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisk und Biff. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Was mehr trenger wir? Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir trenger Gullrötter und Tomater für die Suppe. Wo ist ein Supermarkt? Hvor er det ein Matbutikk? Fifty Languages. Sechzehn. Seisten. Jareszeiten und Vetter. Årstider und Være. Das sind die Jahreszeiten. Dette er årstidene. Der Frühling. Der Sommer. Vårn. Sommeren. Der Herbst und der Winter. Hösten und Vinteren. Der Sommer ist heis. Sommeren. Sommeren er varm. Im Sommer scheint die Sonne. Om Sommeren skinner Sola. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Om Sommeren går vi gjerne tur. Der Winter ist kalt. Vinteren er kalt. Vinteren er kalt. Im Winter schneit oder regnet es. Om Winteren snør og regnet es. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Om Winteren blir wir gjerne hjemme. Es ist kalt. Det er kalt. Es regnet. Es ist windig. Es blåser. Es ist warm. Es ist sonnig. Es ist heiter. Es ist heiter. Wie ist das Wetter heute? Hvordan er været i dag? Es ist kalt heute. I dag er det kalt. Es ist warm heute. I dag er det varmt. Fifty languages. Siepzehn. Søtten. Im Haus. Hier ist unser Haus. Dette er huset vårt. Oben ist das Dach. Taket er øverst. Unten ist der Keller. Kelleren er nede. Hinter dem Haus ist ein Garten. Bak huset er den Hage. Foran huset er det ingen Garten. Neben dem Haus sind Bäume. På siden av huset står det trær. Hier ist meine Wohnung. Dette er leiligheten min. Hier ist die Küche und das Bad. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Der er stua og soverrommet. Die haustür ist geschlossen. Døren er låst. Aber die Fenster sind offen. Men vinduene er åpne. Es ist heiss heute. Det er varmt i dag. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Der er det ein Sofa und ein Lenestol. Setzen Sie sich. Vær så god, setz deg. Dort steht mein Computer. Der står datamaskinen min. Dort steht meine Stereoanlage. Der står Stereoanlegget mitt. Der Fernseher ist ganz neu. TV-en er ganske ny. Fifty Languages Achtzen Atten Hausputt Husvask Heute ist Samstag. I dag er det lördag. Heute haben wir Zeit. I dag har vi tid. Heute putzen wir die Wohnung. I dag wasker vi leiligheten. Ich putze das Bad. Jeg wasker badet. Mein Mann Vescht das Auto. Mannen min Vasker bilen. Die Kinder Putzen die Fahrräder. Barna Vasker syklene. Oma Gist die Blumen. Bestemor Vanner Blomstene. Die Kinder Räumen Das Kinderzimmer Auf. Barna Rydder på Rommet Sitt. Mein Mann Räumt Seinen Schreibtisch Auf. Mannen Rydder På Skrivebordet Sitt. Ich Ich stecke die Vesche in die Waschmaschine. Jeg putter Tøy inn i Waschmaskinen. Ich henge die Vesche auf. Ich henger opp Tøy. Ich bygele die Vesche. Ich stryker Tøy. Die Fenster sind schmutzig. Vinduene er skittende. Der Fosboden ist schmutzig. Gulvet er skittent. Das Geschirr ist schmutzig. Oppvasken er skitten. Wer putst die Fenster? Hvem vasker vinduene? Wer saugt staub? Hvem støvsugger? Wer spult das Geschirr? Hvem tar oppvasken? Fifty languages. Neunzehn Nitten In der küche På kjøkkenet Hast du eine neue küche? Har du fått nytt kjøkken? Was willst du heute kochen? Hva skal du lage i dag? Korst du elektrisch oder mit gas? Bruker du elektrisch komfyr eller gass komfyr? Soll ich die zwiebeln schneiden? Skal ich skäre opp løken? Soll ich die kartoffeln skälen? Skal ich skrelle potetene? Soll ich den salat vaschen? Skal ich vaske salaten? Wo sind die gläser? Wo är glasene? Wo ist das geschirr? Wo är servise? Wo ist das besteck? Hvor är bestäcket? Hast du einen dosenöfner? Har du bokseåpner? Hast du einen flaschenöfner? Har du flaskeåpner? Hast du einen korkensier? Har du korketrekker? Korst du die suppe in diesem topf? Koker du bräts du den fisch in dieser pfanne? Steker du fisken i denne pannen? Grills du das gemüse auf diesen grill? Griller du grönnsakene på denne grillen? Ich dekker den tisch. Jeg dekker bordet. Hier sind die messer, gabeln und löffel. Her er kniver, gaffler og skjer. Hier sind die gläser, die teller und die servietten. Her er glass, tallerkener og servietter. 50 languages 20 20 Small talk 1 Småprat 1 Machen Sie es sich bekvem. Slå deg ned. fühlen Sie sich wie zu hause. Lat som om du war hjemme. Was möchten Sie trinken? Hva vill du drikke? Lieben Sie musik? Er du glad i musik? Ich mag klassische musik. Ich like klassische musik. Hier sind meine CDs. Hier sind meine Spielen Sie ein instrument? Spiller du ein instrument? Hier ist meine gitarre. Hier ist meine gitarren min. Singen Sie gern? Liker du å synge? Haben Sie kinder? Har du barn? Haben Sie einen hund? Har du hund? Haben Sie eine katse? Har du katt? Hier sind meine bücher. Her er bökene mine. Ich leser gerade dieses buch. Ich holder på å lese denne boken. Was lesen Sie gern? Hva liker du å lese? Gehen Sie gern ins konsert? Liker du å gå på konsert? Gehen Sie gern ins teater? Liker du å gå i teatret? Gehen Sie gern in die oper? Liker du å gå i operan? Fifty languages einunzwanzig tjue ein small talk zwei små prat to woher kommen sie? hvor kommer du fra? aus Basel fra Basel Basel liegt in der Schweiz Basel ligger i Schweiz darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Hils på Müller Er ausländer Han er utlending Er spricht mehrere sprachen Han snakker flere språk Sind Sie zum ersten mal hier? Er det første gang du er her? Nein, ich war schon letztes jahr hier. Nei, jeg var her fjord også. Aber nur eine Woche lang. Men bare ein uke. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Hvordan liker du deg her hos oss? Sehr gut, die leute sind nett. Veldig godt, folk er vennlige. Und die landschaft gefällt mir auch. Og jeg liker naturen også. Was sind sie von beruf? Hva jobber du med? Ich bin übersetzer. Jeg er oversetter. Ich übersetze bücher. Jeg oversetter bøker. Sind sie allein hier? Er du alleine her? Nein, meine frau, mein mann ist auch hier. Nein, kona mi er her auch so. Und dort sind meine beiden kinder. Und der er de to barna mine. 50 languages 22 22 22 Small talk 3 Småprat 3 Rauchen sie? Røyker du? Früher ja. Jeg gjorde det før. Aber jetzt raucher ich nicht mehr. Men jeg røyker ikke noch länger. Störte sie wenn ich raucher? Generer det deg at jeg røyker? Nein, absolut nicht. Nein, da, nicht in det hele tatt. Das stört mich nicht. Det generer mich nicht. Trinken sie etwas? Skal du drikke noe? Einen konjak? Einen konjak? Nein, lieber ein Bier. Reisen sie viel. Reiser du mye? Ja, meistens sind das gescheftsreisen. Ja, det er mest forretningsreiser. Aber jetzt machen wir hier urlaub. Men nå er vi på ferie. Was für eine hitze? Så varmt det war. Ja, heute ist es wirklich heiss. Ja, i dag er det virkelig varmt. Gehen wir auf den balkon. La oss gå ut på balkongen. Morgen gibt es hier eine party. I morgen er det fest her. Kommer sie auch? Kommer dere også? Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, vi är invitert, vi også. 50 languages is 23 23 23 Fremdsprachen lernen och läre fremmed språk. Hvor haben sie spanisch gelernt? Hvor har du lärt spansk? Können sie auch portugisisch? Snakker du portugisisch också? Ja, und ich kann auch etwas italienisch. Ja, och jag kann litt italienisch också. Ich finde sie sprechen sehr gut. Jag synes du snakker veldig bra. Die sprachen sind ziemlich ähnlich. Språkene ligner på var andre. Ich kann sie gut verstehen. Jag kann gott forstå dem. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Men å snakke och skrive är vanskelig. Ich mache noch viele fehler. Jag gör mycket feil. Bitte korrigieren sie mich immer. Du må alltid korrigere mig. Tack. Ihre aussprache ist ganz gut. Uttalen din är väldigt bra. Sie haben einen kleinen akcent. Du har en liten aksang. Man erkennt hvorher sie kommen. Man kan høre hvor du kommer fra. Was ist ihre muttersprache? Hva är morsmålet ditt? Machen sie einen sprachkurs? Går du på språkkurs? Hvilken lärverk benutzen sie? Hvilken lärerbok bruker du? Ich weiß im moment nicht wie das heißt. Ich kommer ikke på hva den heter akkurat nå. Mir fällt der titel nicht ein. Jeg husker ikke titeln. Ich habe das vergessen. Det har jeg glemt. Fifty languages 24 24 24 Verabredung Avtale Hast du den bus verpasst? Rakk du ikke bussen? Ich habe eine halbe stunde auf dich gewartet. Jeg har ventet på deg i en halv time. Hast du kein handy bei dir? Har du ikke mobilen med deg? Sei das nächste mal pünktlich. Vær punktlig neste gang. Nimm das nächste mal ein taxi. Ta drosje neste gang. Nimm das nächste mal einen regenskirm mit. Ta med deg paraply neste gang. Morgen habe ich frei. I morgen har ich fri. Wollen wir uns morgen treffen? Skal vi treffes i morgen? Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Beklager jeg kann nicht i morgen. Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Har du noen planer i helga? Oder bist du schon verabredet? Eller har du allerede ein avtale? Ich slage vor wir treffen uns am Wochenende. Jeg foreslår at vi møtes til helga. Wollen wir picknick machen? Skal vi dra på picknick? Wollen wir an den strand fahren? Skal vi dra til stramma? Wollen wir in die berge fahren? Skal vi dra til fjells? Ich hole dich vom büro app. Jeg henter deg på kontoret. Ich hole dich von zu hause app. Jeg henter deg hjemme hos deg. Ich hole dich an der buss haltestelle app. Jeg henter deg ved buss holde plassen. 50 languages 25 25 In der Stadt I byen Ich möchte zum Bahnhof. Jeg will til togstasjonen. Ich möchte zum Flughafen. Jeg vill till fly plassen. Ich möchte ins stadt sentrum. Jeg vill til sentrum. Wie komme ich zum Bahnhof? Hvordan komme ich til togstasjonen? Wie komme ich zum Flughafen? Hvordan komme ich til fly plassen? Wie komme ich ins stadt sentrum? Hvordan komme ich til sentrum? Ich brauche ein taxi. Jeg trenger ein drosje. Ich brauche einen stadtplan. Ich trenger ein kart. Ich brauche ein hotel. Ich trenger ein hotel. Ich möchte ein autom mitten. Ich önsker und leie bil. Hier ist meine kreditkarte. Hier ist mein führerschein. Hier ist mein führerschein. führerschein. Was gibt es in der stadt zu sehen? Hva er det å se i byen? Gehen Sie in die alt stadt. Gå til gamle byen. Machen Sie eine stadtrundfahrt. Dra på sightseeing i byen. Gehen Sie zum hafen. Gå til havna. Machen Sie eine hafenrundfahrt. Dra på båtsightseeing. Welche sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Hvilke severdigheter finnes det ellers? 50 languages 26 in der natur ut i naturen. Siehst du dort den torm? Ser du tornet der borte? Siehst du dort den berg? Ser du fjellet der borte? Siehst du dort das Dorf? Ser du landsbyen der borte? Siehst du dort den fluss? ser du elven der borte? Siehst du dort die brücke? Ser du broen der borte? Siehst du dort den see? Ser du vannet der borte? Der vogel da gefällt mir. Jeg liker den fuglen der der baum da gefällt mir. Jeg liker det tre der der stein hier gefällt mir. Jeg liker denne steinen. Der park da gefällt mir. Jeg liker den parken der. Der garten da gefällt mir. Jeg liker den hagen der. Die blume hier gefällt mir. Jeg liker denne blomsten. Ich finde das hübsch. Jeg synes det er pent. Ich finde das interessant. Jeg synes det er interessant. Ich finde das wundersjön. Jeg synes det er vakkert. Ich finde das hässlich. Jeg synes det er stygt. Ich finde das langveilig. Jeg synes det er kjedelig. Ich finde das furtbar. Jeg synes det er fryktelig. 50 languages 27 27 27 Im hotel ankunft På hotel ankomst haben haben sie ein zimmer frei? Har dere et ledig rom? Ich habe ein zimmer reserviert. Jeg har bestilt rom. Mein name ist Müller. Jeg heter Müller. Ich brauche ein einzelzimmer. Jeg trenger et enkelt rom. Ich brauche ein doppelt zimmer. Jeg trenger et dobbelt rom. Wie viel kostet das zimmer pro nacht? Hva koster rommet per natt? Ich möchte ein zimmer mit bad. Jeg önsker et rom med bad. Ich möchte ein zimmer mit dusje. Jeg önsker et rom med dusj. Kann ich das zimmer sehen? Kann ich få se på rommet? Gibt es hier eine garage? Finnes det ein garage? Gibt es hier einen safe? Finnes det ein safe? Gibt es hier ein faks? Finnes det ein faks? Gut, ich nehme das zimmer. Flott, ich tar rommet. Hier sind die schlüssel. Her er nøkkelene. Hier ist mein gepäck. Her er bagasjen min. Um wie viel uhr gibt es frühstück? Når er det frokost? Um wie viel uhr gibt es mittagessen? Når er det middag? um wie viel uhr gibt es abendessen? Når er det kveldsmat? Fifty languages 28 28 28 Im hotel beschwerden på hotell klager Die dusche funktioniert nicht. Duschen virker ikke. Es kommt kein varmes Wasser. Det kommer ikke noe varmt vann her. Können sie das reparieren lassen? Kan du fikse det? Es gibt kein telefon im zimmer. Det finnes ikkje telefon på rommet. Es gibt keinen fernseher im zimmer. Det finnes ikkje tv på rommet. Das zimmer hat keinen balkon. Rommet har ingen balkon. Das zimmer ist zu laut. Rommet er for bråkete. Das zimmer ist zu klein. Rommet er for lite. Das zimmer ist zu dunkel. Rommet er for mørkt. Die heizung funksjoniert nicht. Varmen virker ikkje. Die klimaanlage funksjoniert nicht. Klimaanlegge virker ikkje. Der fernseher ist kaputt. TV er ödelagt. Das gefällt mir nicht. Jeg liker ikkje det. Das ist mir zu teuer. Det synes jeg er for dyrt. Haben sie etwas billigeres? Har du noe billigere? gibt es hier in der nähe eine jugendherberge? Finnes det et ungdomsherberge i nærheten? Gibt es hier in der nähe eine pension? Finnes det et pensjonalt i nærheten? Gibt es hier in der nähe ein restaurant? Finnes det en restaurant i nærheten? 50 languages 29 29 im restaurant 1 Is der tisch frei? Er dette bordet ledig? Ich möchte bitte die speisekarte Kan ich få se på menyen? Was können sie empfehlen? Hva kan du anbefale? Ich hätte gern ein bier. Jeg vil gjerne ha ein øl. Mineralvasser Jeg vil gjerne ha mineralvann Ich hätte gern einen orangensaft Jeg vil gjerne ha ein apelsinjuice Ich hätte gern einen kaffee Jeg vil gjerne ha ein kaffee Ich hätte gern einen kaffee mit milch Jeg vil gjerne ha ein kaffee med milch Mit sukker mit sukker takk Ich möchte einen te Jeg vil gjerne ha en te Ich möchte einen te mit sit ron Jeg vil gjerne ha en te med sit ron Ich möchte einen te mit milch Jeg vil gjerne ha en te med melk Haben sie sigaretten Har du sigaretter Haben sie einen aschenbecher Har du askebegger Haben sie feuer Har du fyr Mir fehlt eine gabel Jeg mangler ein gaffel Mir fehlt ein messer Jeg mangler ein kniv Mir fehlt ein löffel Jeg mangler ein sker Fifty Languages Dreißig Tretti Im restaurant zwei På restaurant to Einen apfelsaft bitte Ein eppeljus takk Eine limonade bitte Ein brus takk Einen tomatensaft bitte Ein tomatjus takk Ich hätte gern ein glas rot vein Jeg vil gjerne ha et glas rød vin Ich hätte gern ein glas weis vin Jeg vil gjerne ha et glas bit vin Ich hätte gern eine flasje sekt Jeg vil gjerne ha ein flaske muserende Magst du fisch? Liker du fisk? Magst du rindfleisch? Liker du oksekjøtt? Magst du schweinefleisch? Liker du svin? Ich möchte etwas ohne fleisch Ich möchte eine gemüseplatte Ich will gjerne ha ein grønnsak tallerken Ich möchte etwas was nicht lange dauert Ich will gjerne ha noe som ikkje tar lang tid Möchten Sie das mit reis? Vil du ha ris til? Möchten Sie das mit nudeln? Will du ha pasta til? Möchten Sie das mit kartoffeln? Vil du ha poteter til? Das schmeckt mir nicht Det smaker ikke godt Das Essen ist kalt Maten er kall Das habe ich nicht bestellt Das war nicht das ich bestilte 50 languages 31 31 im restaurant 3 på restaurant 3 Ich möchte eine vorspeise Ich will gerne ha ein forrett Ich möchte einen salat Ich möchte eine salat Ich möchte eine suppe Ich möchte einen nacht Ich möchte eine dessert Ich möchte ein eis mit sahne Ich möchte ein is mit kremflöte Ich möchte obst oder käse Ich will gerne ha frukt eller ost Wir möchten frühstücken Wir möchten zu mittag essen Wir möchten zu middag Wir möchten zu abend essen Wir möchten gärne spise kvelds mat Was möchten sie zum frühstück Hva önsker du å ha til frok ost Brötchen mit marmelade und honig Toast mit wurst und käse Toast mit pölse und ost Ein gekochtes ei Et kokt egg Ein spiegelei Et speilegg Ein omelett Ein omelett Bitte noch einen yoghurt Kann ich få ein yoghurt Bitte noch Salz und pfeffer Kann ich få salt und pepper Bitte noch ein glas Wasser Kann ich få ein glas vann 50 Languages 32 32 im restaurant 4 på restaurant 4 Einmal pommes fritt mit ketchup Ein porsjon pommes fritt mit ketchup und zweimal mit majonese und to med majones und dreimal bratwurst mit senf und tre grillpölser mit senep Was für gemüse haben Sie? Hva slags grønnsaker har dere? Haben Sie bonen? Har dere bønner? Haben Sie blomenkål? Har dere blomkål? Ich esse gern mais Ich liker mais Ich esse gern gurken Ich liker agurk Ich esse gern tomaten Jeg liker tomater Essen sie auch gern lauch? Liker du også purrløk? Essen sie auch gern sauerkraut? Liker du auch surkoll? Essen sie auch gern linsen? Liker du auch linser? Isst du auch gern karotten? Spiser du gjerne gullrötter? Isst du auch gern brokoli? Spiser du gjerne brokoli? Isst du auch gern paprika? Spiser du gjerne paprika? Ich mag keine zwiebeln Ich liker ikke løk Ich mag keine oliven Jeg liker ikke oliven Ich mag keine pilse Jeg liker ikke sopp Fifty languages Dreiunddreisig Trettitre Im Bahnhof På togstasjonen Wann fährt der nächste zug nach Berlin? Når går neste tog til Berlin? Wann fährt der nächste zug nach Paris? Når går neste tog til Paris? Wann fährt der nächste zug nach London? Når går neste tog til London? Når kjører tog til Warsawa? Når kjører tog nach Stockholm? Når kjører tog til Stockholm? Når kjører tog til Budapest? Når kjører tog til Budapest? En billett til Madrid? Ich möchte eine fahrkarte nach Prag. En billett till Praha? Ich möchte eine fahrkarte nach Bern. En billett til Bern. Wann kommt der zug in Wien an? Når ankommer toget i Wien? Wann kommt der zug in Moskau an? Når ankommer toget i Moskva? Wann kommt der zug in Amsterdam an? Når ankommer toget i Amsterdam? Muss ich umsteigen? Må jeg bytte tog? Von welchem gleis fährt der zug ab? Hvilket spor går toget fra? Gibt es schlafwagen im zug? finnes det sove koupé på toget? Ich möchte nur die hinfahrt nach Brüssel. Jeg vil kjøpe en tur till Brüssel. Ich möchte eine rückfahrkarte nach Kopenhagen. Jeg vil kjøpe retur till København. Was kostet ein plass im schlafwagen? Hva koster ein plass i sove kupén? Fifty Languages Fierunddreißig Trettifire Im Zug På toget Ist das der Zug nach Berlin? Er dette toget til Berlin? Wann fährt der Zug ab? Når kjører toget? Wann kommt der Zug in Berlin an? Når ankommer toget i Berlin? Verzeiung Darf ich forbei? Unnskyld Kan jeg få komme meg forbi? Ich glaube das ist mein plass Ich glaube sie sitzen auf meinem plass Ich tror du sitter på plassen min Hvor ist der schlafwagen? Hvor er sovevognen? Der schlafwagen ist am ende des zuges Sovevognen er bakerst i toget und wo ist der speisewagen am anfang Og hvor er spisevognen? Helt framme i toget Kan ich unten schlafen? Kan ich få sove nede? Kan ich in der mitte schlafen? Kan ich få sove i midten? Kan ich oben schlafen? Kan ich få sove oppe? Wann sind wir an der grense? Når er wir fremme ved grensen? Wie lange dauert die fahrt nach Berlin? Hvor lenge tar turen til Berlin? Hat der Zug verspätung? Er toget forsinket? Haben sie etwas zu lesen? Har du noe å lese? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Går det an å få noe mat å drikke her? Würden sie mich bitte om sieben uhr vekken? Kan du vennligst vekke meg klokka sju? Fifty languages fünfunddreissig trettifem am flughafen på flyplassen ich möchte einen flug nach Athen buchen ich will bestille ein flytour til Athen ist das ein direkt flug? er det direkte fly? bitte einen fenster platz nicht raucher ich önsker ein vindues plass ich röker takk ich möchte meine reservierung bestätigen ich önsker å bekrefte bestillingen min ich möchte meine reservierung stornieren ich önsker å kanselere bestillingen min ich möchte meine reservierung ombuchen Ich önsker å endre bestillingen min Wann geht die nächste maschine nach Rom? Når går neste fly til Roma? Sind noch zwei plätze frei? Har dere to ledige plasser? Nein, wir haben nur noch einen plass frei. Nei, vi har bare en ledig plass. Wann landen wir? Når lander vi? Wann sind wir da? Når er vi fremme? Wann fährt ein bus ins stadt sentrum? Når går det bus til sentrum? Ist das ihr koffer? Er dette din koffert? Ist das ihre tasche? Er dette din väske? Ist das ihr gepäck? Er dette din bagasje? Wie viel gepäck kann ich mitnehmen? Hvor mye bagasje kann ich ta med? 20 kilo 20 kilo Was? Nå 20 kilo? Hva? Bare 20 kilo? 50 languages 36 36 öffentlicher Nahverkehr Kollektivtrafikk Hvor ist die busshalte stelle? Hvor er busshalte plassen? Welcher bus fährt ins sentrum? Hvilken bus går til sentrum? Hvilke linje muss ich nehmen? Hvilken linje må ich ta? Muss ich umsteigen? Må ich bytte buss? Hvor muss ich umsteigen? Hvor muss ich bytte? Was kostet ein farschein? Hva koster biletten? Hvie viele haltestellen sind es bis zum sentrum? Hvor mange stopp er det til sentrum? Sie müssen hier aussteigen. Du må gå av her. Sie müssen hinten aussteigen. Du må bytte buss her. Die nächste U-bahn kommt in 5 minuten. Neste T-bane kommer om 5 minuten. Die nächste strassenbahn kommt in 10 minuten. Neste trik kommer om 10 minuten. Der nächste bus kommt in 15 minuten. Neste buss kommer om 15 minuten. Hvor fährt die letzte U-bahn? Når går den siste T-banen? Hvor fährt die letzte strassenbahn? Når går den siste trikken? Hvor fährt der letzte buss? Når går den siste bussen? haben sie einen farschein? Har du billett? Einen farschein? Nein, ich habe keinen. Billett? Nei, det har jeg ikke. Dann müssen sie eine strafe zahlen. Da må du betale bot. Fifty languages 37 37 Unterwegs På bei Er fährt mit dem Motorrad Han kjører motorsykel Er fährt mit dem Fahrrad Han sykler Er geht zu fus Han går til fots Er fährt mit dem Schiff Han kjører med skip Er fährt mit dem båt Han kjører båt Er schwimmt Han svømmer Ist es hier gefährlich Er det farlig her Ist es gefährlich allein zu trampen Er det farlig å hike alene Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen Er det farlig å gå tur om natten Wir haben uns verfahren Wir har kjørt oss vill Wir sind auf dem falschen weg Wir er på feil vei Wir müssen um kehren Wir muss nu Wo kann man hier parken Hvor kann man parkere her Gibt es hier einen park Platz Fin es det parkerings pass her Wie lange kann man hier parken Hvor lenge kann man parkere her Faren sie ski Går du på ski Faren sie mit dem skiluft nach oben Kjører du opp med ski heisen Kann man hier ski leien Går du an å leie ski her Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 38 38 im taxi i drosjen Rufen Sie bitte ein taxi Kann du vennlichst bestille ein drosje? Was kostet es bis zum Bahnhof? Hva koster det til togstasjonen? Was kostet es bis zum Flughafen? Hva koster det til flyplassen? Bitte geradeaus Vennlichst kjør rett fram Bitte hier nach rechts Vennlichst kjør til høyre her Bitte dort an der ecke nach links Vennlichst kjør til venstre der ved hjørnet Ich habe es eilig Ich habe es eilig Ich habe det travelt Ich habe zeit Ich habe zeit Ich habe god tid Fahren Sie bitte langsamer Vennlichst kjør litt saktere Halten Sie hier bitte Kann du stoppe her? Warten Sie bitte einen Moment. Ich bin gleich zurück. Bitte geben Sie mir eine Kvittung. Kann ich få Kvittering? Ich habe kein Kleingeld. Ich habe ingen småpenger. Es stimmt so. Der Rest ist für Sie. Vær so gut. Behold resten. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Kjör meg til denne Adressen. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zum Strand. Kjör meg til Stranda. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 930 39 Autopanne Bilulykke Hvor ist die nächste tankstelle? Hvor er nærmeste bensinstasjonen? Ich habe einen Platten. Ich habe einen Platten. Ich habe punktert dekken. Können Sie das Rad wechseln? Kann du skifte dekken? Ich brauche ein paar liter Diesel. Ich trenger ein paar liter Diesel. Ich habe kein bensin mehr. Jäi er tom for bensin. Haben Sie einen Reservekanister? Har du ein Reservekanne mit bensin? Hvor kann ich telefonieren? Hvor kann ich telefonieren? Ich brauche einen abschleppdienst. Jäi trenger ein borttauingsbil. Ich suche eine verkstatt. Jäi leter etter et bilverkstäd. Es ist ein unfall passiert. Det har skjedd ein ulykke. Hvor ist das nächste telefon? Hvor er nærmeste telefon? Haben Sie ein Handy bei sich? Har du mobil mit deg? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen hjälp. Rufen Sie einen arzt. Få tak i lege. Rufen Sie die Polizei. Ring politiet. Ihre papiere bitte. Kann ich få se papirene dine? Ihren Führerschein bitte? Kann ich få se Führerkortet? Ihren KFZ-schein bitte? Kann ich få se Vognekortet? 50 Languages 40 40 40 Nach dem Wegfragen. Spørre etter veien. Entschuldigen Sie. Unnskyld. Können Sie mir helfen? Kann du hjelpe meg? Hvor gibt es hier ein gutes restaurant? Hvor finne ich ein guter restaurant her? Gehen Sie links um die ecke. Gå til venstre ved hjörnet. Gehen Sie dann ein Stück geradet aus. Gå et stykke rett fram. Gehen Sie dann 100 meter nach rechts. Gå så 100 meter til høyre. Sie können auch den buss nehmen. Du kann auch den bussen nehmen. Sie können auch die strassenbahn nehmen. Du kann auch die strassenbahn nehmen. Sie können auch einfach hinter mir her fahren. Wie kommen ich zum Fosballstadion? Hvordan komme ich zum Fosballstadionet? Überkveren Sie die Brücke. Gå over broen. Fahren Sie durch den tunnel. Kjör gjennom tunnelen. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Kjör til du kommer til det tredje lyskrysset. Ta så første veien til høyre. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste kreuzung. Kjör deretter rett fram ved det neste krysset. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Unnskyld, hvordan komme ich til flyplassen? Am besten Sie nehmen die U-Bahn. Det är best du tar T-Bahn. Fahren Sie einfach bis zur endstasjon. Bare kjör til siste stopp. 50 languages 41 41 Orientierung Orientierung Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Museum? Wo ist der Dom? Wo ist das Museum? Hvor gibt es Briefmarken zu kaufen? Hvor kann ich kjöpe Frimerker? Hvor gibt es Blumen zu kaufen? Hvor kann ich kjöpe Blomster? Hvor gibt es Fahrkarten zu kaufen? Hvor kann ich kjöpe Billetter? Hvor ist der Hafen? Hvor er Havna? Hvor ist der Markt? Hvor ist das Schloss? Hvor beginnt die Führung? Når begynner die Führung? Når slutter die Führung? Wie lange dauert die Führung? Hvor länge varer omvisningen? Ich möchte einen Führer der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer der Französisch spricht. 50 Languages 42 42 Stattbesichtigung Sightseeing i byen Ist der Markt sonntags geöffnet? Er torget öpent på sündager? Ist die messe montags geöffnet? Er messen öppen på mandager? Ist die ausstellung dienstags geöffnet? Er utstillingen öppen på tirsdager? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Er dyreparken öppen på onsdager? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Er museet öppnet på torsdager? Hat die Galerie freitags geöffnet? Er galeriet öpent på fredager? Darf man fotografieren? Er det lov å ta bilder? Muss man eintritt bezahlen? Må man betale ingangspenger? Hviel kostet det eintritt? Hva koster ingangen? Gibt es eine ermesigung für gruppen? Finnes det grupperabatt? Gibt es eine ermesigung für kinder? Gibt es eine ermesigung für studenten? Er det studentrabatt? Was für ein Gebäude ist das? Hva slags bygg er det? Wie alt ist das Gebäude? Hvor gammel er bygningen? Wer hat das Gebäude gebaut? Hvem har bygd det? Ich interessiere mich für architektur. Jeg er interessert i arkitektur. Ich interessiere mich für kunst. Ich interessiere mich für malerei. Ich interessiere mich für malerier. Ich interessiere mich für malerier. Dort ist der Zoo. Dort sind die Giraffen. Dort sind die Giraffen. Hvor sind die Schlangen? Hvor sind die Löwen? Hvor sind die Löwen? Hvor sind die Kangooine? Hvor sind die Kangooine? Hvor sind die Kangooine? Hvor sind die Kangooine? Hvor ist eine Toilette? Dort ist ein Kaffee. Dort ist ein Restaurant. Wo sind die Kamele? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Fifty Languages Vierundvierzig Abends ausgehen Gå ut på kvellen. Gibt es hier eine diskotek? Finnes det diskotek her? Gibt es hier eine Nachtklub? Finnes det nattklubb her? Gibt es hier eine Kneipe? Finnes det pub her? Was gibt es heute Abend im Theater? Hva skjer på teatret i kveld? Was gibt es heute Abend im kino? Hva er det på kino i kveld? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Hva er det på TV i kveld? Gibt es hier Abend im Fernsehen? Gibt es noch karten fürs teatret? Gibt es noch karten fürs kino? Gibt es noch karten fürs kinoen? Gibt es noch karten für das fosballspiel? Er det billetter igjen til fotballkampen? Ich möchte ganz hinten sitzen. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen. Ich möchte ganz vorne sitzen. Ich möchte ganz vorne sitzen. Können Sie mir etwas empfehlen? Kann du anbefale noe? Wann beginnt die Vorstellung? Når begynner forestillingen? Können Sie mir eine Karte besorgen? Kann du skaffe meg billett? Ist hier in der Nähe ein golfplatz? Finnes det golfbane her i nærheten? Ist hier in der Nähe ein tennisplatz? Finnes det tennisbane her i nærheten? Ist hier in der Nähe ein hallenbad? Finnes det svømmehall her i nærheten? Fifty languages Fünfundvierzig Fürtifem Im kino På kino Wir wollen ins kino Vi skal på kino Heute läuft ein guter Film I dag er den gode Film Der Film ist ganz neu Hvor ist die Kasse? Gibt es noch freie Plätze? Was kosten die Eintrittskarten? Wann beginnt die Vorstellung? Wie lange dauert der Film? Wur lenge varer filmen? Kann man karten reservieren? Kann wir reservere billetter? Ich möchte hinten sitzen. Jeg will sitte bak. Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Der Film war spannend. Filmen war spennende. Der Film war nicht langweilig. Filmen war nicht kjedelig. Aber das Buch zum Film war besser. Men boka til Filmen war bedre. Wie war die Musik? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Gab es untertitel in englischer Sprache? War de Engelsktekst? 50 Languages 46 46 46 In der Diskotek Is dieser Platz hier frei? Er det ledig her? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Kann ich få sette meg? Gern. Gern. Wie finden Sie die Musik? Wie finden Sie die Musik? Ein bisschen zu laut. Litt for høy. Aber die Band spielt ganz gut. Aber die Band spielt ganz gut. Sind Sie öfter hier? Er du hier oft, oder? Nein, das ist das erste Mal. Nein, das ist das erste Mal. Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Tanzen Sie? Danser du? Später vielleicht. Kanskje senere? Ich kann nicht so gut tanzen. Ich er ikke so flink til å danse. Das ist ganz einfach. Det er veldig lett. Ich zeige es Ihnen. Nein, lieber ein andres Mal. Nein, ein andres Mal. Warten Sie auf jemand? Venter du på noen? Ja, auf meinen Freund. Ja, auf meine Freundin. Da hinten kommt Öya. Der kommt er ja. 50 Languages Du musst unseren Koffer packen. Du må pakke Kofferten vår. Du darfst nichts vergessen. Du må ikke glemme noe. Du brauchst einen großen Koffer. Du trenger ein stor Koffert. Vergiss nicht den Reisepass. Ikke glem passet. Vergiss nicht das Flugticket. Ikke glem flybillettene. Vergiss nicht die Reiseschecks. Ikke glem Reiseschecks. Nimm sonnenkrem mit. Ta med deg solkrem. Nimm die sonnenbrille mit. Ta med deg solbrillene. Nimm den sonnenhot mit. Ta med deg solhatten. Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du eine Reiseführer mitnehmen? Willst du eine Reiseguide? Willst du eine Regenschirm mitnehmen? Willst du eine Paraply? Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Husk buksene, skjortene und Socken. Denk an die Krawatten. Die Gürtel, die Sakkos. Husk slipsene, beltene und Dressjakkene. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Husk pyjamaene, natthjulene und T-Shortene. Du brauchst schuhe, sandalen und Stiefel. Du trenger sko, sandaler und Stövler. Du brauchst taschentücher, seife und eine Nagelskere. Du trenger lommetörkle, sope und neglesaks. Du brauchst einen Kam, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Du trenger ein Kam, ein Tannbürste und Tannkrem. 50 Languages 48 48 Urlaubsaktivitäten Ferieaktivitäten Kann man leie parasol her? Kann man hier einen liggestol leien? Kann man leie liggestol her? Kann man hier ein båt leien? Kann man leie båt her? Ich würde gern surfen. Ich würde gern tauchen. Ich würde gern wasserskifahren. Kann man ein surfbrett miten? Går du an leie surfen. Kann man ein tauchen ausrüstung miten? Går du an å leie dykkerutstyr? Kann man wasserskia miten? Går du an å leie vannski? Ich bin erst anfänger. Jeg er nybegynner. Ich bin mittelgud. Ich er middelsflink. Ich kenne mich damit schon aus. Ich har peiling på dette. Hvor ist der skilift? Hvor er skiheisen? Hast du den skier dabei? Har du med deg ski? Hast du den ski-sjue dabei? Har du med deg skistövler? Fifty languages. 49 49 49 Sport Sport Sport, idrett Treibst du sport? Driver du med sport? Ja, ich muss mich bewegen. Ja, ich muss mich bewegen. Ich gehe in einen sportverein. Ich gehe in einen sportverein. Wir spielen fußball. Wir spielen fußball. Manchmal schwimmen wir. Ab und zu schwimmen wir. Oder wir fahren rad. Oder wir cykler. In unserer Stadt gibt es ein fußballstadion. I byen vår finnes det ein fußballstadion. Es gibt auch ein schwimmbad mit sauna. Det finnes auch ein schwimmahall mit bastu. Und es gibt einen golfplatz. Og es gibt einen golfplatz. Was gibt es im Fernsehen? Was gibt es im Fernsehen? Was gibt es im Fernsehen? Gerade gibt es ein fußballspiel. Det ist ein fußballkamp akkurat nå. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Ich habe keine Ahnung. Im Moment steht es unentschieden. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Nå er det 11 meter. Tor, 1 zu 0. Mål, 1 mot 0. 50 languages. 50. 50. Im Schwimmbad. I svømmehallen. Heute ist es heiß. I dag er det varmt. Gehen wir in Schwimmbad? Skal vi gå til Svømmehallen? Hast du lust schwimmen zu gehen? Skal vi dra og svømme? Hast du ein Handtuch? Har du håndkle? Hast du eine Badehose? Har du ein Badehose? Hast du ein Badehose? Hast du ein Badehose? Hast du ein Badedrackt? Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Kannst du tauchen? Kannst du dukken? Kannst du ins Wasser springen? Kannst du hoppe i vannet? Hvor ist die dusje? Hvor er dusjen? Hvor ist die umkleidekabine? Hvor er garderoben? Hvor ist die schwembrille? Hvor er svømmebrillene? Ist das Wasser tief? Er vannet dypt? Ist das Wasser sauber? Er vannet rent? Ist das Wasser varm? Er vannet varmt? Ich friere. Jeg fryser. Das Wasser ist zu kalt. Vannet er for kalt. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Jeg skal opp av vannet nå. 50 Languages 51 51 Besorgungen machen Gjøre ärender Ich will in die bibliotek Ich skal på bibliotek 51 Ich will in die buchhandlung 51 Ich skal på bokhandeln 52 Ich will zum kiosk 52 Ich skal gå til kiosken 53 Ich will ein bok leien 54 Ich skal låne ein bok 54 Ich will ein buch kaufen 54 Ich skal kjøpe ein bok Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will in die Bibliothek um ein Buch zu leien. Ich will in die Buchhandlung um ein Buch zu kaufen. Ich will in die Kiosk um ein Zeitung zu kaufen. Ich will in die Optiker. Ich will in die Supermarkt. Ich will in die Supermarkt. Ich will zum Bäcker. Ich will in die Backe. Ich will eine Brille kaufen. Ich will kjöpe Brille. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Ich will kjöpe Frukt und Grönnsaker. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will kjöpe Rundstücker und Bröt. Ich will zum Optiker um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Optiker um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Supermarkt um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich will zum Bäcker um Brötchen und Brot zu kaufen. Ich will zum Bäcker um Kjöpe Rundstücker und Brötchen und Brötchen. Ich will zum Bäcker um Kjöpe Rundstücker und Brötchen. Im Kaufhaus. I butikken. Gehen wir in ein Kaufhaus? Skal wir gå til butikken? Ich muss Einkäufe machen. Ich muss Einkäufe machen. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich trenger konfolutter und Brevpapier. Ich brauche Kulis und Filtstifte. Ich trenger Kulepenner und Fargestifter. Wo sind die Möbel? Wo sind die Möbel? Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Ich trenger ein Fussball und ein Schackspiel. Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Börer und einen Schraubenzieher. Ich trenger ein Börr und ein Skrutrekker. Wo ist der Schmuck? Wo ist der Schmuck? Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich trenger ein Ring und ein Armband. Fifty Languages Fifty Languages Geschäfte Ich trenger ein Sport. Ich trenger ein Sportverkauf. Ich trenger ein Sportverkauf. Ich trenger ein Sportverkauf. Ich trenger ein Apothekauf. Wir suchen eine Apothek. Wir leter etter ein Apothek. Wir möchten nämlich einen Fussball kauf. Ich trenger ein Sportverkauf. 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 Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich lete etter ein Konditorei, um einen Torte zu kaufen. Fifty Languages 54 54 Einkaufen Handle Ich möchte ein Geschenk kaufen. Ich will kjöpe ein Präsang. Aber nichts allzu teures. Men ikkje noe altfor dyrt. Vielleicht eine Handtasje. Kanskje ein Väske. Hvilke Farbe möchten Sie? Hvilken Farge önsker du? Schwarz, braun oder weiß. Svart, brun oder hvitt. Eine große oder eine kleine. Stor oder liten. Darf ich diese mal sehen? Kann ich få se på denne? Ist die aus leder? Oder ist die aus kunststoff? 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 Aus leder natürlich. Skinn, selbstverständlich. Das ist eine besonders gute kvalität. Das ist eine besonders gute kvalität. Und die Handtasje ist wirklich sehr preiswert. Und denne Väsken er virkelig rimelig. Die gefällt mir. Ich liker den. Die nehme ich. Ich tar den. Kann ich die eventuell umtauschen? Kann ich die eventuell umtauschen? Kann ich muligens bytte den? Selbstverständlich. Selvföljelig. Wir packen sie als geschenk ein. Wir packen sie als geschenk ein. Dort drüben ist die kasse. Der borte er kassen. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 55 55 Arbeiten Jobbe Was machen Sie beruflich? Hva jobber dere med? Mein Mann ist arzt von beruf. Mannen min jobber som lege. Ich arbeite halbtags als krankenschwester. Jeg jobber deltid som sykepleier. Bald bekommen wir rente. Snart blir wir pensjonert. Aber die Steuern sind hoch. Men skattene er høye. Und die Krankenversicherung ist hoch. Och helseforsikringen är dyr. Was willst du einmal werden? Hva har du lyst til å bli? Ich möchte ingeniör werden. Jag vill bli ingeniör. Ich vill an der universitet studieren. Jag vill studere ved universitetet. Ich bin praktikant. Jag är praktikant. Ich verdiene nicht viel. Jag tjener ikke mycket. Ich mache ein praktikum im Ausland. Jag tar praksis i utlandet. Das ist mein sjef. Det är sjefen min. Ich habe nette kollegen. Jag har hyggelige kolleger. Mittags gehen wir immer in die kantine. Vi spiser lunch i kantina. Ich sucher eine stelle. Jag söker jobb. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Jag har varit arbeitsledig i ett år. In diesem land gibt es zu viele arbeitslose. Här i landet är det för många arbeitsledige. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 50 Languages 56 56 Gefühle Gefühle Föle Fölelser Lust haben Har lyst Vi har lyst Vi har lyst Wir haben keine lust Vi har ikke lyst Angst haben Er hat Zeit Er hat keine Zeit. Langeweile haben. Sie hat langeweile. Sie hat keine langeweile. Hun kjeder seg ikke. Hunger haben. Väre sulten. Habt ihr Hunger? Er dere sultne? Habt ihr keinen Hunger? Er dere ikke sultne? Durst haben. Väre törst. Sie haben durst. De er törste. Sie haben keinen Durst. De er ikke törste. Siebenundfünfzig. Femtisju. Beim Arzt. Hos legen. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe den Termin um zehn Uhr. Ich habe den Termin um zehn Uhr. Legen kommer snart. Hvor sind sie versichert? Hvor er du forsikret? Was kann ich für sie tun? Hva kann ich für sie tun? Hva kann ich hjälpe deg mit? Haben sie schmerzen? Ich habe immer rückenschmerzen. Ich habe oft kopfschmerzen. Ich habe oft kopfschmerzen. Ich habe manchmal bauchschmerzen. Machen Sie bitte den oberkörper frei. Kann du ta av deg toppen, schorta, genseren? Leggen Sie sich bitte auf die Lige. Kann du legge deg på benken? Der blodtruck ist in Ordnung. Blodtrykket er i Orden. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen einen Spröte. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen einen Tabletten. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. 50 Languages 58 Körperteile Kroppsdeler Ich zeichne einen Mann. Ich tegne einen Mann. Zuerst den Kopf. Først hodet. Der Mann tregt einen Hut. Mannen har på seg hatt. Die Haare sieht man nicht. Man ser nicht håret. Die Ohren sieht man auch nicht. Man ser nicht ören heller. Den Rücken sieht man auch nicht. Man ser nicht ryggen heller. Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich tegne die Augen und den Mund. Der Mann tanzt und lacht. Mannen danser und ler. Der Mann hat eine lange Nase. Mannen hat eine lange Nase. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Mannen hat dessuten ein Scherf rundt Halsen. Es ist Winter und es ist Kalt. Es ist Winter und es ist Kalt. Die Arme sind kreftig. Armene sind kreftige. Die Beine sind auch kreftige. Beine sind auch kreftige. Der Mann ist aus Schnee. Mannen ist aus Schnee. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Han hat ingen Bukse på seg und ingen Kåpe. Aber der Mann friert nicht. Men Mannen fryser nicht. Er ist ein Schneemann. Det er ein Schneemann. 50 Languages 59 59 Im Postamt På Postkontoret Hvor er nærmeste postkontor? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Er det langt til nærmeste Postkontor? Wo ist der nächste Briefkast? Hvor er nærmeste Postkastet? Ich brauche ein paar Briefmarken. Jeg trenger eit paar Frimerker. Für eine Karte und einen Brief. Till eit kort und eit brev. Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Hva koster Portoen til Amerika? Wie schwer ist das Paket? Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich sende den per Luftpost? Wie lange dauert es bis es ankommt? Hvor lenge tar det til det kommer? Hvor kann ich telefonieren? Hvor kann ich telefonere? Hvor ist die nächste Telefoncelle? Hvor er nærmeste Telefonkiosk? Haben Sie telefonkarten? Har du telefonkort? Haben Sie ein telefonbuch? Har du telefonkatalog? Kennen Sie die vorval von Österreich? Vet du Landskoden til Österrike? Einen Augenblick. Ich schau mal nach. Ein Augenblick. Ich schau mal nach. Die leitung ist immer besetzt. Linjen ist immer besetzt. Hvilken nummer haben Sie gewählt? Hvilket nummer har du ringt? Sie müssen zuerst die null wählen. Du må taste null først. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich will öppne Konto. Hier ist mein Pass. Hier ist mein Pass. Hier ist passet mitt. Und hier ist meine Adresse. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte ein Kontoutskrift. Ich möchte ein Reisescheck einlösen. Ich möchte ein Reisescheck ein Reisescheck. Wie hoch sind die Gebyren? Hvor mye kostet det i Gebyren? Hvor muss ich unterschreiben? Hvor skal ich unterschreiben? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ich venter ein Overföring fra Tyskland. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist Kontonummeret mitt. Ist das Geld angekommen? Er pengene kommet? Ich möchte dieses Geld wechseln. 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 Ich möchte diese pengene. Ich brauche US-dollar. Ich trenger amerikanske dollar. Bitte geben Sie mir kleine scheine. Kann ich få det i små sedler? Gibt es hier einen Geldautomat? Finnes det Minibank her? Wie viel Geld kann man abheben? Hvor mye penger kann man få utbetalt? Welche kreditkarten kann man benutzen? Welche kreditkort kann man bruke? 50 Languages 61 61 Ordinalzahlen Ordensdall Der erste monat ist der Januar. Den første måneden er Januar. Der zweite monat ist der Februar. Den andre monaten er Februar. Der dritte monat ist der März. Den tredje monaten er Mars. Der vierte monat ist der April. Den fjerde monaten er April. Der fynfte monat ist der Mai. Den femte monaten er Mai. Der sechste monat ist der Juni. Den sjette monaten er Juni. Sechs monat er ein halbes Jahr. Sechs monat er et halvt år. Januar, Februar, März. Januar, Februar, Mars. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Der siebte monat ist der Juli. Denne sjunde monaten er Juli. Der achte monat ist der August. Den åtte monaten er August. Der neunte monat ist der September. Den niende monaten er September. Der zehnte monat ist der Oktober. Denne tiende monaten er Oktober. Der elfte monaten ist der November. Den elfte monaten er November. Der zwölfte monaten ist der December. Den tolvte monaten ist der December. Zwölf monate sind ein Jahr. Tolv monater er ett år. Juli, august, September. Juli, august, September. Oktober, november und desember. Oktober, november und desember. 50 Languages Lernen 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 de schüler fiel? Lärer eleverne mye? Nein, sie lernen wenig. Nei, de lärer lite. Spørre. Spør du ofte læreren? Nein, ich frage ihn nicht oft. Nei, ich spør ham nicht ofte. Antworten Svare Antworten Vennligst svarer Vennligst svarer Vennligst svarer Ich antworte Ja, han holder på å jobbe. Kommen Kommer Kommer Kommen sie? Kommer dere? Ja, vi kommer gleich. Ja, vi kommer snart. Vånen Bo Vånen Sie in Berlin? Bor du i Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. Ja, jeg bor i Berlin. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 63 63 Fragen stellen 2 Stille spørsmål 2 Ich habe ein Hobby Jeg har ein Hobby Ich spiele Tennis Hvor finnes det ein Tennisbane? Hast du ein Hobby? Har du ein Hobby? Ich spiele Fosball Ich spiele Fosball Hvor finnes det ein Fosballplatz? Hvor finnes det ein Fosballbane? Mein arm tut weh Armen min verker Mein Fos und meine Hand tun auch weh Foten og hånden min verker også Hvor ist ein Doktor? Hvor er det ein Lege? Ich habe ein Auto Ich habe ein Auto Jeg har bil Ich habe auch ein Motorrad Ich habe auch ein Motorrad Ich habe auch ein Glas Ich habe auch ein Talerken Ich habe ein Messer eine Gabel und ein Löffel Ich habe ein Kniv Ich habe auch ein Ich verstehe das Wort nicht Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Der Lehrer. Verstehen Sie den Lehrer? Ja, ich verstehe ihn gut. Die Lehrerin. Verstehen Sie die Lehrerin? Ja, ich verstehe sie gut. Ja, ich verstehe sie gut. Die Leute. Folk. Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nei, ich verstehe sie nicht so gut. Die Freundin. Venninnen. Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Ja, ich habe eine. Ja, das habe ich. Die Tochter. Dattere. Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Nein, ich habe keine. Nein, das habe ich nicht. Ja. 50 Languages Ist der Ring teuer? Er den Ringen dyr? Nein, er kostet nur 100 Euro. Nein, den koster bare 100 Euro. Aber ich habe nur 50. Men ich habe nur 50. Bist du schon fertig? Er du fertig alt? Nein, noch nicht. Nein, nicht noch. Aber gleich bin ich fertig. Men ich bin bald fertig. Möchtest du noch Suppe? Will du ha mehr Suppe? Nein, ich will keine mehr. Nein, danke. Ich will nicht mehr. Aber noch ein Eis. Men ich will ha mehr Eis. Wohnst du schon lange hier? Har du bodd her länge? Nein, erst einen Monat. Nein, bare ein Monat. Aber ich kenne schon viele Leute. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber ich komme zurück allerede på Søndag. Ist deine Tochter schon erwachsen? Er din datter voksen? Nein, sie ist erst 17. Nein, hun er bare 17. Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat allerede kjæreste. 50 Languages Possessiver, ein. Ich, mein. Ich, mein. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finder meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Du, dein. Du, dein. Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Vet du hvor biletten hans er? Sie, ihr. Hun, hennes. Ihr Geld ist weg. Pengene hennes er borte. Und ihre kreditkarte ist auch weg. Und kreditkortet hennes er auch borte. Wir, unser. Unser Opa ist krank. Bestefaren vår er syk. Unsere Oma ist gesund. Men bestemoren vår er frisk. Ihr, euer. Dere, deres. Kinder, wo ist euer Fatih? Hvor er pappaen deres? Kinder, wo ist eure Mutti? Hvor er mammaen deres? 50 Languages Er hat seine Brille vergessen. Han har glemt brillene sine. Hvor hat er denn seine Brille? Hvor har han brillene sine da? Die Uhr. Klokka. Seine Uhr ist kaputt. Klokka. Klokka hans er ödelagt. Die Uhr hängt an der wand. Klokka hänger på veggen. Der pass. Passe. Er hat seinen pass verloren. Han har mistet passet sitt. Hvor hat er denn seinen pass? Hvor har han passet sitt da? Sie, ihr. Die, deres. Die kinder können ihre Eltern nicht finden. Barna kann ikk finne foreldrene sine. Aber da kommen ja ihre Eltern. Men der er jo foreldrene deres. Sie, ihr. Die, du, deres, din. Wie war ihre Reise, Herr Müller? Wie war ihre Reise, Frau Schmitt? Hvor ist ihr Mann, Frau Schmitt? Hvor er din Mann? Fifty Languages Achtundsechzig Sextiåtte Gros, klein Stor, liten Gros und klein Stor og liten Der elefant ist groß Elefanten er stor Die Maus ist klein Musa er liten Dunkel und hell Dunkel und hell Mörk und lys Die Nacht ist dunkel Natten er mörk Der Tag ist hell Dagen er lys Alt und jung Gammel Gammel und ung Unser großvater ist sehr alt Bestefaren vår er veldig gammel Vor 70 Jahren war er noch jung For 70 år siden war han ung Schön und hässlich Pen og stygg Der Schmetterling ist schön Sommerfuglen Sommerfuglen er pen Die spinne ist hässlich Edderkoppen er stygg Dikk und dünn Eine Frau mit 100 kilo ist dick Ein kvinne på 100 kilo er tykk Ein Mann mit 50 kilo ist dünn Ein Mann på 50 kilo er tynn Teuer und billig Dyr und billig Das Auto ist teuer Bilen er dyr Die Zeitung ist billig Avisen er billig Fifty Languages Der Schmetterling Der Schmetterling Der Schmetterling Der Schmetterling 69 Brauchen wollen Trenge wille Ich brauche ein Bett Jeg trenger ein Seng Ich will schlafen Jeg will sobe Gibt es hier ein Bett? Finnes du ein Seng her? Ich brauche eine Lampe Jeg trenger ein Lampe Ich will lesen Jeg will lese Gibt es hier eine Lampe? Finnes du ein Lampe her? Ich brauche ein Telefon Jeg trenger ein Telefon Jeg trenger ein Telefon Ich will telefonieren Jeg vil ringe Gibt es hier ein Telefon? Finnes du ein Telefon her? Ich brauche eine Kamera Jeg trenger ein E-Mail Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli? Ich brauche eine Kamera Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hier ein Papier und einen Kuli? Finnes du ein Ark und ein Kulepenn her? 50 Languages 70 70 70 Etwas mögen Wille noe Ein Möchten sie rauchen? Will du røyke? Möchten sie tanzen? Möchten sie spazieren gehen? Vill du gå ein Tour? Ich möchte rauchen Jeg will gerne røyke Möchtest du ein Zigarette? Möchtest du eine Zigarette? Will du ha ein Zigarett? Er möchte Feuer Han vill ha fyr Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas essen. Ich möchte mich etwas ausruen. Ich möchte sie etwas fragen. Ich möchte sie etwas fragen. Ich möchte sie um etwas bitten. Ich möchte sie zu etwas einladen. Ich möchte sie um etwas bitten. Was möchten sie bitte? Was will du haben? Will du haben einen Kaffee? Oder möchten sie lieber einen Tee? Oder will du heller haben einen Tee? Wir möchten nach Hause fahren. Wir möchten gerne kjöre hjem. Möchtet ihr ein Taksi? Will dere ha ein Drosje? Sie möchten telefonieren. De will gerne ringe. 50 Languages 2 Was wollt ihr? Hva vill dere? Wollt ihr Fußball spielen? Will dere spille fotball? Wollt ihr Freunde besuchen? Will dere besöke venner? Wollen Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht komme for sent. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht ir ganz hinter. Ich will nach. Ich will nach Hause bleiben. Ich will nach Hause bleiben. Ich will zu Hause bleiben. Ich will alleine sein. Ich will nie sein. Ich will nur leben sein. Willst du hier bleiben? Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Willst du hier sove her? Willen Sie morgen abfahren? Willen Sie bis morgen bleiben? Willen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Willst du betale regningen i morgen? Willst du in die Disco? Willst du hier in die Disco? Willst du hier in die Kino? 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 Willst du hier in der Kino? Willst du hier in die Kino? Fifty Languages Ich muss den Brief verschicken. Ich muss das Hotel bezahlen. Du musst früh aufstehen. Du musst viel arbeiten. Du musst pünktlich sein. Er muss tanken. Han muss fülle bensin. Er muss das Auto reparieren. Han muss reparere bilen. Er muss das Auto vaschen. Han muss vaske bilen. Sie muss einkaufen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Väsche vaschen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Dere muss warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Dere muss warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Dere muss warten. Dere muss warten. 73 Har du lov til å reise alene til utlandet? Dørfen Ha, få lov, kunne Dørfen vi her rauchen? Kan vi røyke her? Darf man her rauchen? Er det lov å røyke her? Darf man med kreditkarte bezalen? Kan man betale med kreditkort? Darf man med sjekk bezalen? Kan man betale med sjekk? Darf man bare bezalen? Kan man bare betale kontant? Darf ich mal eben telefonieren? Får jeg lov til å ringe noen? Darf ich mal eben etwas fragen? Får jeg lov å spørre om noe? Darf ich mal eben etwas sagen? Får jeg lov å si noe? Er darf nicht im Park schlafen. Han har ikke lov å sove i parken. Er darf nicht im Auto schlafen. Han har ikke lov å sove på togstasjonen. Dürfen wir platz nehmen? Får vi lov til å sette oss? Dürfen wir die speisekarte haben? Kan vi få menyen? Dürfen wir getrennt zahlen? Kan vi betale hver for oss? Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 74 74 Um etwas bitten Be om noe? Können Sie mir die Haare schneiden? Kann du klippe håret mitt? Nicht zu kurz bitte! Vennlegst ikke for kort! Etwas kürzer bitte! Litt kortere takk! Können Sie die Bilder entwickeln? Kann du fremkalle disse bildene? Die Fotos sind auf der CD Bildene er på CD'n Die Fotos sind in der Kamera Bildene er i Kamera Können Sie die Uhr reparieren? Kann du reparere denne klokka? Das Glas ist kaputt Glasset er knust Die Batterie ist leer Batteriet er tomt Können Sie das Hemd bygeln? Kann du stryke denne skjorta? Können Sie die Hose reinigen? Kann du rense buksa? Können Sie die Schuhe reparieren? Kann du reparere skoene? Können Sie mir Feuer geben? Kann du gi meg fyr? Haben Sie streikhölzer oder ein Feuerzeug? Har du fyrstykker oder ein Leiter? Haben Sie einen Aschenbecher? Har du Aschebecher? Rauchen Sie Zigarren? Röker du Zigarren? Rauchen Sie Zigaretten? Röker du Zigaretter? Rauchen Sie Pfeife? Röker du Pipe? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte Fünfundsieptzig Fünfundsieptzig Settifem Etwas begründen, eins Begrunne noe, ein Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Das Vetter ist so schlecht. Väret ist so dårlig. Ich komme nicht, weil das Vetter so schlecht ist. Ich komme nicht, weil das Väret ist so dårlig. Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommst du nicht? Warum kommen Sie nicht? Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich kann nicht, ich muss jobben. Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? Ich bin müde. Ich bin müde. Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. Warum fahren Sie schon? Es ist schon spät. Es ist schon spät. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich kjöre, weil es schon spät ist. 50 Languages 76 76 Etwas begründen, 2 Begrunne noe, 2 Warum bist du nicht gekommen? Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Ich komme nicht, weil ich war syk. Warum ist sie nicht gekommen? Er hatte keine Lust. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Wir kommen nicht, weil wir unsere Lust hatte. Warum sind die Leute nicht gekommen? Ich durfte nicht. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Ich komme nicht, weil ich nicht lov war. 50 Languages Begrunne noe, 3 Warum essen sie die Torte nicht? Warum spätst du nicht blödkaka? Ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Ich spät sie nicht, weil ich abnehmen muss. Warum trinkst du nicht kaffee? Warum trinkst du nicht kaffee? Warum trinkst du nicht kaffee? Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Tee nicht? Ich habe keinen Zucker. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum essen Sie die Suppe nicht? Warum spiser du nicht Suppen? Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich spiser den nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum spiser du nicht Kötter? Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich spiser den nicht, weil ich Vegetarier bin. Fifty Languages Acht und siebzig Settig åtte Adjektive eins Adjektiv ein Eine alte Frau Ein gammel kvinne Ein gammel dame Eine dicke Frau Ein tykk kvinne Ein tykk dame Eine neugierige Frau Ein neuer wagen Ein ny bil Ein schneller wagen Ein rask bil Ein bekvemer wagen Ein komfortabel bil Ein blaues kleid Ein blå kjule Ein rotes kleid Ein röd kjule Ein grünes kleid Ein grün kjule Eine schwarze tasche Ein svart veske Eine braune tasche Ein brun veske Ein weiße tasche Ein hvit veske Nette leute Hyggelige folk Höflige leute Höflige folk Interessante leute Interessante folk Liebe kinder Snille barn Frekje kinder Frekke barn Brave kinder Lydige barn Fifty languages Fifty languages 79 Adjektive 2 Adjektiv 2 Ich habe ein blaues kleid an Ich habe ein rotes kleid an Ich habe ein röde kjule på meg Ich habe ein grünes kleid an Ich habe ein grünes kleid an Ich habe ein grün kjule Ich kaufe eine weisse tasche Ich kaufe eine weisse tasche Ich kjöpe ein hvit veske Ich brauche einen neuen wagen Ich brauche einen schnellen wagen Ich brauche einen rask bil Ich brauche einen bequemen wagen Ich trenger ein bekvem bil Da oben wohnt eine alte Frau Da oben wohnt eine alte Frau Der oppe wohnt eine gammel Dame Da oben wohnt eine dicke Frau Da oben wohnt eine dicke Frau Der oppe wohnt eine kjuck Dame Da unten wohnt eine neugierige Frau Der nede wohnt eine nysgärige Dame Unsere Gäste waren nette Leute Unsere Gäste waren hüflige Leute Unsere Gäste waren hüflige Leute Gäste waren hüflige Leute Unsere Gäste waren interessante Leute Gäste waren interessante Leute Ich habe liebe Kinder Ich habe snille barn Aber die Nachbarne haben frekke Kinder Aber die Nachbarne haben frekke Kinder Men naboene har frekke barn Sind ihre Kinder brav? Er barna dine lydige? 50 Languages 80 80 Adjektive 3 Adjektiv 3 Sie hat einen Hund Hun hat einen Hund Der Hund ist groß Sie hat ein Haus Hunden er stor Sie hat einen großen Hund Sie hat ein Haus Sie hat ein Haus Das Haus ist klein Sie hat ein cookies Sie hat ein Gas Sie hat ein mit Er wohnt in einem Hotel Er wohnt in einem hotel Er wohnt in einem hotel Er hat ein Auto. Das Auto ist teuer. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. Romanen er kjedelig. Er liest einen langweiligen Roman. Han leser ein kjedelig Roman. Sie sieht einen Film. Hun ser på ein Film. Der Film ist spannend. Filmen er spennende. Sie sieht einen spannenden Film. Hun ser på ein spennende Film. Fifty Languages Einundachtzig Otti ein Vergangenheit eins Fortid ein Schreiben 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 Er schreieb einen Brief. Han skreieb et brev. Und sie schreieb eine Karte. Und sie schreieb eine Karte. Lesen Lese Er las eine Illustrierte. Er las eine Illustrierte. Ich leste et magasin. Und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. Nehmen Nehmen Ta Er nahm eine Zigarette. Han tok ein Zigarett. Sie nahm ein Stück Schokolade. Hun tok ein Stück Schokolade. Er war untreu, aber sie war treu. Er war fattig, aber sie war fleißig. Han war lat, men hun war flittig. Er war arm, aber sie war reik. Han war fattig, men hun war rik. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Glück, sondern pech. Er hatte kein Glück, sondern pech. Er hatte kein Erfolg, sondern misserfolg. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er hatte kein Glück, sondern unzufrieden. Er hatte kein Glück, aber sie war 복 boset. Er hatte kein Glück, aber sie war flott. Er war nicht compatis, sondern unsympatis. Er hatte kein Glück, sondern unzufrieden. Der rights incredulji! Fifty Languages 82 82 Vergangenheit 2 42 Musstest du einen krankenwagen rufen? Måtte du ringe ambulansen? Musstest du den arzt rufen? Måtte du ringe legen? Musstest du die polizei rufen? Måtte du ringe politiet? Haben sie die telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Har du nummeret? Jeg hatte det i sted. Haben sie die adresse? Gerade hatte ich sie noch. Har du adressen? Jeg hatte den i sted. Haben sie den stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Har du bykarte? Jeg hatte det i sted. Kam er punktlich? Er konnte nicht punktlich kommen. Kom han i tide? Han klarte ikke å komme i tide. Fant er den weg? Er konnte den weg nicht finden. Fant han veien? Han fand ikke veien. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Forstod han ikke? Han konnte nicht forstå meg. Ich konnte nicht punktlich kommen, weil kein buss fuhr. Ich konnte den weg nicht finden, weil ich keinen stadtplan hatte. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die musik so laut war. Ich konnte nicht verstehen, weil die musikken war so hoch. Ich musste ein taxi nehmen. Ich musste ta ein drosje. Ich musste einen stadtplan kaufen. Ich musste kjøpe et bykart. Ich musste das radio ausschalten. Ich musste kjøpe et bykart. Ich musste kjøpe et bykart. Ich musste kjøpe et bykart. 83 83 Vergangenheit 3 Fortid 3 Telefonieren Ringe Ich habe telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ich habe ringt. Ich habe ringt hele tiden. Fragen. Spurre. Ich habe gefragt. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Erzählen. Fortelle. Ich habe erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt, hele historien. Lernen Läre, lese Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Ich habe lest. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Jeg har lært hele kvellen. Jeg har lest hele kvellen. Arbeiten Jobbe Ich habe gearbeitet. Jeg har jobbet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Jeg har jobbet hele dagen. Essen Spise Ich habe gegessen. Jeg har spist. Ich habe das ganze Essen gegessen. Jeg har spist opp. 50 Languages 84 84 84 Vergangenheit 4 Fortid 4 Lesen 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 Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Ich habe den ganzen roman gelesen. Verstå Verstår Ich habe verstanden. Ich habe lest hele romanen. Verstå Ich habe lest hele romanen. Ich habe lest hele romanen. Ich habe den ganzen text verstanden. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich henter das. Ich habe das gebracht. Ich bringe das. Ich habe das gekauft. Ich habe das gekannt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. 50 Languages Wie viel haben Sie getrunken? Hvor mye har du drucket? Wie viel haben Sie gearbeitet? Hvor mye har du jobbet? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie gespielt? Mit vim haben Sie gesprochen? Mit vim haben Sie sich verabredet? Mit wem haben sie Geburtstag gefeiert? Hvor sind sie gewesen? Hvor haben sie gewohnt? Hvor haben sie gearbeitet? Hvor haben sie empfohlen? Hva haben sie gegett? Hva haben sie erfahren? Hva haben sie erfahren? Hvor schnell sind sie gefahren? Hvor fort haben sie geflogen? Hvor lange sind sie geflogen? Hvor lange haben sie flogget? Hvor hoch sind sie gesprungen? Hvor høyt haben sie geflogen? Logo Cloud 50 Languages 86 OpT-6 Fragen Vergangenheit 2 Welche Krawatte hast du getragen? Welches Auto hast du gekauft? Welche Zeitung hast du abonniert? Hvilken avis har du abonniert på? Hvem har du sett? Hvem har du getroffen? Hvem har du truffet? Hvem har du erkannt? Hvem har du kjent igjen? Hvann er de pågestanden? Når stod du opp? Hvann haben sie begonnen? Når begynte du? Hvann haben sie aufgehört? Når sluttet du? Hvorfor har du våknet? Hvorfor har du blitt lærer? Hvorfor har du tatt drosje? Hvorher sind sie gekommen? Hvor har du kommet fra? Hvorfor har du gått henne? Hvorfor har du gått henne? Hvorfor har du vært? Hvem har du geholfen? Hvorfor har du hjulpet? Hvem har du geschriven? Til hvem har du skrevet? Hvorfor har du antwortet? Hvorfor har du svart? Hvorfor har du skrevet? Fortid av modalverb 1 Vi mussten de blomen gysen Vi måtte vanne blomstene Vi mussten de vunung aufräumen Vi måtte rydde i leiligheten Vi mussten das geschirr spulen Vi måtte ta oppvasken Musstet ihr die rechnung bezahlen? Musstet ihr eintritt bezahlen? Musstet ihr eine strafe bezahlen? Musstet ihr eine strafe bezahlen? Hvor musste sich verabschieden? Hvor musste früh nach Hause gehen? Hvor musste den Zug nehmen? Hvem musste ta toget? Wir wollten nicht lange bleiben Wir wollten nicht lange bleiben Wir wollten nicht trinken Wir wollten nicht stören Wir wollten nicht forstürre Ich wollte eben telefonieren Ich wollte ein Taxi bestellen Ich wollte bestille drosje Ich wollte nämlich nach Haus fahren Ich wollte nämlich nach Haus fahren Ich dachte du wolltest deine Frau anrufen Ich dachte du wolltest deine Frau anrufen Ich trodde du ville ringe kona di Ich dachte du wolltest die Auskunft anrufen Ich dachte du wolltest eine Pizza bestellen Ich dachte du wolltest eine Pizza bestellen 50 Languages 88 Otti Otte Vergangenheit der Modalverben 2 Fortid av Modalverben 2 Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen Sönnen min will ikke leke med dukka Meine Tochter wollte nicht fosball spielen Datteren min will ikke spille fotball Meine Frau wollte nicht mit mir schach spielen Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen Barna mine will ikke gå tur Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen Sie wollten nicht ins Bett gehen 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 Er durfte kein Eis essen Er durfte kein Eis essen Er durfte kein Eis essen Han fikk ikke lov å spise is Er durfte kein Sjokolade essen Er durfte kein Sjokolade essen Er durfte kein Sjokolade essen Han fikk ikke lov å spise Sjokolade Han fikk ikke lov å spise Sjokolade Er durfte keine Bonbons essen. Han fikk ikke lov å spise drops. Ich durfte mir etwas wünschen. Jeg fikk lov å önske meg noe. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Jeg fikk lov å kjøpe kjole. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Jeg fikk lov å ta en sjokolade. Durftes du im Flugzeug rauchen? Fikk du røyke på flyet? Durftes du im Krankenhaus biertrinken? Fikk du drikke öl på sykehuset? Durftes du den Hund ins Hotel mitnehmen? Fikk du ta med hunden på hotellet? I ferien fikk barna lov til å være ute lenge. Sie durften lange im Hof spielen. De fikk leke i hagen lenge. De fikk leke på tunet lenge. Sie durften lange aufbleiben. De fikk være oppe lenge. De fikk leker på hotellet. Du får se på hotellet. De fikk leke på den sellern. Otteni? IMPERATIV I. IMPERATIV I. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Du er lat. Du burde ta dich zusammen. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du sover for länge. Du muss läre dich zu stehen. Du kommst so spät. Kom doch nicht so spät. Du kommer so sent. Du må slutte å komme for sent. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du ler alltid so høyt. Det synes jeg du skal moderere. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du snakker so lavt. Snakk høyere. Du trinkst so viel. Trink doch nicht so viel. Du drikker for mye. Drik mindre, da. Du rauchst so viel. Rauch doch nicht so viel. Du röker for mye. Ikke röyk so mye, da. Du arbeitest so viel. Arbeite doch nicht so viel. Du jobber for mye. Ikke jobb so mye, da. Du fährst so schnell. Far doch nicht so schnell. Du kjörer so fort. Ikke kjör so fort, da. Stehen Sie auf, Herr Müller. Stå opp, Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Sett deg, Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bli sittende, Müller. Haben Sie geduld. Vær tålmodig. Nehmen Sie sich Zeit. Ta deg tid. Varten Sie einen Moment. Vent et øyeblikk. Seien Sie vorsichtig. Vær forsiktig. Seien Sie pünktlich. Vær punktlig. Seien Sie nicht dumm. Ikke vær dumm. 50 Languages. 50 Languages. 90 90 Imperativ 2 Imperativ 2 Rasier dich. Nå skal du barbere deg. Varsch dich. Nå skal du vaske deg. Nå skal du greide deg. Ruf an. Rufen Sie an. Ring. Fang an. Fangen Sie an. Begynn. Sett i gang. Hör auf. Hören Sie auf. Slutt. Lass das. Lassen Sie das. La være. Sag das. Sagen Sie das. Si det. Kauf das. Kaufen Sie das. Kjøp det. Sei nie unehrlich. Vær aldrig uärlig. Sei nie frech. Vær aldrig frekk. Sei nie unhöflich. Vær aldrig uhöflig. Sei immer ehrlich. Vær alltid ärlig. Sei immer nett. Vær alltid hyggelig. Sei immer höflig. Vær alltid höflig. Kommen Sie gut nach haus. Kom godt hjem. Passen Sie gut auf sich auf. Pass på deg selv. Ta vare på deg selv. Besuchen Sie uns bald wieder. Besuch oss nort igen. FIFTY LANGUAGES EINUNDneunzig Nebensätze mit DAS Bisetninger med AT EINUNDneunzig Das wetter wird vielleicht morgen besser. Kanskje det blir bedre vær i morgen. Woher wissen Sie das? Hvordan vet du det? Ich hoffe dass es besser wird. Jeg håper at det blir bedre. Er kommt ganz bestimmt. Han kommer helt sikkert. Ist das sicher? Er det sikkert? Ich weiß dass er kommt. Jeg vet at han kommer. Er ruft bestimmt an. Han ringer sikkert. Wirklich? Ich glaube dass er anruft. Ich tror dass er anruft. Der Wein ist sicher alt. Vinen er sikkert gammel. Wissen Sie das genau? Vet du det med sikkerhet? Ich vermute dass er alt ist. Ich antar at den er gammel. Unser sjef sieht gut aus. Sjefen vår ser flott ut. Finden Sie? Synes du? Ich finde dass er sogar sehr gut aussieht. Ich synes at han ser veldig flott ut. Der sjef hat bestimmt eine Freundin. Sjefen har sikkert ein kjæreste. Glauben Sie wirklich? Tror du det? Es ist gut möglich dass er eine Freundin hat. Det er godt mulig at han har ein kjæreste. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com Nebensettinger med at 2 Bisettinger med at 2 Es ärgert mich dass du so viel bier trinkst. Det ärgert mich dass du so viel bier trinkst. Det irriterer mig att du kommer så sent. Ich glaube dass er einen arzt braucht. Jeg tror han trenger en lege. Ich glaube dass er krank ist. Jeg tror han är syk. Ich glaube dass er jetzt schläft. Wir hoffen dass er unsere tochter heiratet. Wir håper han vil gifte sig med datteren vår. Wir hoffen dass er viel geld hat. Wir håper han har mykje penger. Wir hoffen dass er millionär ist. Ich habe gehört dass deine Frau einen unfall hatte. Ich habe gehört dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört dass sie im Krankenhaus liegt. Es freut mich dass sie gekommen sind. Ich är glad for att du kom. Es freut mich dass sie interesse haben. Det gleder mich dass du är interessert. Es freut mich dass sie das Haus kaufen wollen. Det gleder mich dass du will kjöpe huset. Ich fyrte dass der letzte buss schon weg ist. Ich är redd for att den siste bussen har gått. Ich fyrte dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich är redd for att vi måste ta en drosje. Ich fyrte dass ich kein Geld bei mir habe. Ich är redd for att jag inte har penger med mig. Bitte besuchen sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 93 93 Nebensätze mit ob Bisetningar med om Ich weiß nicht ob er mich liebt. Ich vet nicht ob er mich liebt. Om han elsker mig. Ich weiß nicht ob er mich anruft. Ich vet nicht ob er mich anruft. Ob er mich wohl liebt. Om han elsker mig. Ob er wohl zurückkommt. Om han kommer tillbaka. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er lykt. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ob er wohl eine andere hat. Ob er wohl die Wahrheit sagt. Ob er wohl die Wahrheit sagt. Ich zweifle ob er mich wirklich mag. Ich zweifle ob er mir schreit. Ich zweifle ob er mich heiratet. Ob er mich wohl wirklich mag. Ob er mir wohl schreit. Ob er mich wohl heiratet. Ob er mich wohl heiratet. Ich frage mich, ob er mir schreit. Ich frage mich, ob er mir schreit. Ich frage mich, ob er mir schreit. Konjunksjoner 1 Varte bis der regen aufhört. Vent til de har sluttet å regne. Varte bis ich fertig bin. Vent til jeg er ferdig. Varte bis er zurückkommt. Vent til han kommer tilbake. Ich warte bis meine haare trocken sind. Jeg venter til håret mitt er tørt. Ich warte bis der film zu ende ist. Jeg venter til filmen er over. Ich warte bis die ampel grün ist. Jeg venter til lyset er grønt. Wann fährst du in urlaub? Når reiser du på ferie? Nog før den sommerferien? Før sommerferien? Ja, noch bevor die sommerferien beginner. Ja, før sommerferien begynner. Reparier das dach bevor der vinter beginnt. Fiks taket før vinteren kommer. Wasch deine hände bevor du dich an den tisch setzt. Wasch hendene før du setter deg ved bordet. Slies das fenster bevor du rausgehst. Lukk vinduet før du går ut. Wann kommst du nach Hause? Når kommer du hjem? Nach dem unterricht? Etter undervisningen? Ja, nachdem der unterricht aus ist. Ja, etter at undervisningen er over. Nachdem er einen unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Etter at han hadde hatt den ulykken, kunne han ikke jobbe lenger. Nachdem er die arbeid verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Etter at han hadde mistet jobben, dro han til Amerika. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Etter at han hadde dratt til Amerika, ble han rik. Klirite Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.fiftylanguages.com Når sluttet hun å jobbe? Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie kinder haben, gehen sie selten aus. Siden sie haben, gehen sie selten aus. Hvor telefoniert sie? Når telefonerer hun? Während der Fahrt? Ja, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Hun telefonerer, während sie kjører bil. Sie sieht fern, während sie bügelt. Hun ser på TV, während sie stryker tøy. Sie hört musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir tar ein Drosje, wenn es regnet. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reiser jorden rund, wenn wir im Lotto vinner. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir begynner å spise, hvis han ikke kommer snart. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich blir trett, sobald ich skal lære. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Ich slutter å jobbe, når ich 60 bin. Hvorfor Sie anrufen Sie an? Nå ringer du. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Er ruft an, sobald ich etwas Zeit habe. Han ringer, sobald han har tid. Wie lange werden Sie arbeiten? Hvor länge skal du jobbe? Ich werde arbeiten, so lange ich kann. Ich werde arbeiten, sobald ich gesund bin. Ich skal jobbe, so lange ich frisk. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Han sitter på puben, anstatt dass er nach Hause geht. Sobald ich weiß, wohnt er er hier. Sobald ich weiß, wohnt er er hier. Sobald ich weiß, ist seine Frau krank. Sobald ich weiß, ist er er arbeidslos. Sobald ich weiß, ist er arbeidsledig. Ich hatte verslafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte kommet tidsnokk, dersom ich nicht gefeiert mich. Ich hatte den Busse verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte kommet tidsnokk, hvis ich nicht gefeiert bussen. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich komme nicht in Zeit, weil ich nicht verstanden bin. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 97 Nicht die Schü? Konjunktionen 4 Konjunktionen 4 Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Han sovnet, selv om TV'en sto på. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Han ble, selv om det war sent. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Han kom nicht, selv om wir hatten ein avtale hatten. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. TV'en sto på, men likevel sovnet han. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben. Det war sent, men likevel ble han. Wir hatten uns verabredet. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. Wir hatten ein avtale. Likevel kom han nicht. Obwohl er keinen führerschein hat, fährt er Auto. Han kjører bil, selv om han ikke har førerkort. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Selv om veien er glatt, kjører han fort. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Han sykler, selv om han er full. Er hat keinen führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Han har ikke førerkort. Likevel kjører han bil. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Veien er glatt. Likevel kjører han so fort. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Han er full. Likevel sykler han. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Hun finner ingen stilling, selv om hun har studiert. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie schmerzen hat. Hun går ikke til legen, selv om hun har smerter. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Hun kjøper bil, selv om hun ikke har penger. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Hun har studiert. Likevel finner hun ingen stilling. Sie hat schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Hun har smerter. Likevel går hun ikke til legen. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Hun har ikke penger. Likevel kjøper hun bil. Fifty Languages Achtunneunzig Nittiotte Doppelte konjunktionen Die reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Reisen war fin, men den war for anstrengende. Der Zug war zwar punktlich, aber zu voll. Toget war punktlich, men det war for fullt. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Hotellet war koslich, men det war for dyrt. Er nimmt entweder den buss oder den Zug. Han tar enten bussen eller toget. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Han kommer enten i kveld eller i morgen tidlig. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Han bor enten hos oss eller på hotellet. Sie spricht sowohl spanisch als auch englisch. Hun snakker både spansk og engelsk. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Er ist nicht nur dum, sondern auch faul. Sie spricht nicht nur deutsch, sondern auch französisch. Ich kann weder klavier noch gitarre spielen. Ich kann weder waltze noch zambatansen. Ich danser weder waltz oder zamba. Ich mag weder opera noch ballett. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Jo fortere du jobber, desto fortere blir du fertig. Je früher du komst, desto früher kannst du gehen. Jo tidligere du kommer, desto tidligere kan du gå. Je älter man wird, desto bequemer man wird. Jo älter man blir, desto tryggere blir man. Fifty Languages Neunundneunzig Nintiini Genitiv Genitiv Die Katze meiner Freundin Min Veninneskott Katten til Veninna mi Der Hund meines Freundes Min Vennshund Hunden til Vennen min Die Spielsachen meiner Kinder Mine barns leketøy Leketøye til barna mine Das ist der Mantel meines Kollegen Das ist das Auto meiner Kollegen Det er bilen til Kollegen Das ist die Arbeit meiner Kollegen Det er min kollegas jobb Det er jobben til Kollegen Min Der Knopf von dem Hemd ist ab Der Schlüssel von der Garaasje ist weg. Der Computer vom Chef ist kaputt. Hvor sind die Eltern des Mädchens? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Das Haus steht am Ende der Straße. Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Hva heter nabonnes barn? Hva heter barna til nabone? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Når er barnas skoleferie? Når er skoleferien til barna? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Unter sap spesende? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Hva er museets åpningstider? Fifty Languages Hundert Hundre Adverbien Adverb Schon einmal, noch nie Noen gang, aldri Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Har du noen gang vært i Berlin? Nein, noch nie Nei, aldri Jemand, niemand Noen, ingen Kennen Sie hier jemand? Kjenner du noen her? Nein, ich kenne hier niemand Nei, ich kjenner ingen her Noch Nicht mehr Enno, noch nie Enno Enno Ikke lenger Bleiben Sie noch lange hier? Will ich noch etwas trinken? Will du noch etwas trinken? Will du ha litt til? Nein, ich möchte nichts mehr Nei, ich kenne hier Nei, ich kenne hier nicht mehr Niemand mehr Flere Ingen flere Möchte noch jemand einen kaffee? Er det flere som vill ha kaffe? Nein, niemand mehr Nein, ingen flere Nie Ich kenne hier Ich kenne hier Ingen flere